Manche Menschen glauben, ihr Glaube sei es, Gnade bei Gott zu erlangen. Ihr Glaube dient dazu, ein Leben mit einer gesunden Perspektive zu führen, um seinen Namen bis zu diesem Tag Ehre zu machen. Wie dein Glaube gibt es eine Einheit des Glaubens. Er würde mit uns nicht darüber sprechen, zu glauben für einen besseren Job. Es gibt einen Aspekt des Glaubens, der für einen besseren Job glauben kann. Aber wenn er von der Einheit des Glaubens spricht, spricht er nicht einmal von Heilung. Er spricht über den Blickwinkel, nach dem wir leben. Jetzt kam er. Wir sollen alle das Warum dahinter verstehen. Zum Beispiel, von was leben wir? Wofür leben wir? Warum sind wir heute Morgen aufgewacht? Wir können alle dasselbe Verständnis und eine Einheit im Glauben haben. Wir sind nicht aufgewacht, nur um zu überleben. Wir sind nicht in der Hoffnung aufgewacht, dass unser Ehepartner etwas Nettes sagt. Wir sind nicht nur aufgewacht in der Hoffnung, dass unsere Ehe besser ist als gestern, weil ich gebetet habe. Wir wachen auf, um zu strahlen. Wir wachen auf, um zu lieben. Wir wachen auf, um sein Bild bekannt zu machen und ihn im Angesicht von allem zu manifestieren, ihn zu bezeugen. Und selbst wenn die Menschen es nicht verstehen, sollen wir es verstehen. Ich bin nicht sicher. Es geht hier. Oh, yeah. Untertitelung des ZDF, 2020